So, wir werden gerufen. Und wer möchte uns rufen? Sumakonoshi Raubbe von Raya Lucaria. Gut. Die hatten wir noch nicht. Oh, diese... Dieser fette Topf. Autsch. Perfekt. Schön tot gehauen. Warum gehen die alle auf mich? Wow. Ich bin so obviously reingegangen. Der hat ein leichtes Spiel. Ich bin so viel verletz. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Und jetzt sind wir so lost und sterben hier die ganze Zeit überwiegend. Wir halten auch nichts aus. Wirklich gar nichts. 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 Kohle. Ich denke wir brauchen noch 5000. Nächste Stufe. Obi. Okay. Und Alberto. Alberto und Obi. Geil. Danke. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Sie waren lost. Wir waren sowas von lost. Wirklich gar nichts. Wirklich gar nichts. Wirklich gar nichts. Wirklich gar nichts. Wirklich gar nicht. Wirklich gar nicht. Nein, ich wollte gleich draufhauen. Jetzt spawnen wir sicherlich, wenn wir hier fertig sind, genau vor dem. Ah, schade. Fai. Der hat ein geiles Teil, aber der ist auf der falschen Ort. Oh, ne. Dem hier noch alles durchmachen. Oh, tschüss. Alter. Was hast du denn für Fähigkeiten? Komm mit. Alter, was hat der für krasse Fähigkeiten? Komm mit. Oh, der will Münzen machen oder wie. Komm mit. Oh. Ist der überpowered oder? Warum kann der das so gut? So, bisschen Gift verteilen. Atmet schön Gift ein. Ich glaube, der will das wirklich auf den mühsamsten Weg machen. Ja. Hm-ehm-em. Tách. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh wow, oh wow, das ist eine geile Fähigkeit, komm mit Oh wow, 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 oh Oh nein, hat sich aufgelöst. Schade. Dieser Scheißhund. Wuff, wuff. Ja, mit dem Typen machen wir ordentlich Kohle. Oh oh. Gleich will dann seiner gern haben. Okay, nice, er kommt mit. Okay. Komm. Was hat der für eine overpowerte Rüstung in? Was hat der für eine overpowerte Rüstung? 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 Und dann gehen wir mal hier lang. Hier geht's im Kreis, ne? Tatsache. Ich glaube da kommen wir vom Balkon aus. So von hier. Jetzt ist der Stavos-Typ wieder da. Tschüss. Ist Gott sei Dank kein Magier. Nein, schade. Schade. Sehr gut. Uff. Fast nicht geschafft. Schimmersteinkrone vom Haus Olivinus. Was? Was? Was für ein Ding? Dann geht's hier wohl weiter. Da oben war noch was. Da oben war noch was. Ja eine goldene Rune. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Boah. Fast wäre ich hier runtergefahren. Ja. Müssten wir demnächst springen? Ich glaube schon. Äh. Ne. Wir hätten nicht springen müssen. Wir hätten nicht springen müssen. Egal. Wir wissen ja wo es lang geht. Ah. Wir kriegen unsere Runen direkt. Nice. Danke. Dankeschön Spiel. Für den Move. So. Und jetzt fahren wir ganz runter. In der Hoffnung dass ähm. Da was ist. Ich habe da so eine Puppe gesehen. Oh oh. Ich hätte vielleicht hier runter müssen. Mal sehen. Mal sehen. Hi Puppe. Oh wow. Wow. Was bist du für ein Ding? Was bist du für ein komisches, krasses, abgefucktes Ding? Wow. Oh oh. Wow. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Der Angriff kann man ganz gut dodgen. Wow. Schmiedestein Stufe 5. Für das haben wir jetzt so hart gekämpft. Müssen aufpassen, dass wir nicht noch von deinem Fuss erschlagen werden. Langschwanz Katzen... Katzen... Langschwanz Katzen... Da, das war. Ach so. Das war's schon. Ich glaube irgendwie nicht. Nein! Nein! Bitteschön. Ah-ha. Okay. Ich verstehe. Nochmal runter. Da habe ich ja noch vorhin rechts oder links noch etwas gesehen. Ich glaube hier war es, oder? Ne, nicht da. Hier. Okay. Okay. Uff. Was sind das denn für... Das ist ein Tänzchen. Der kann fliegen noch zusätzlich. Oh nein 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 nein. Nein, 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 nein. Komm schon! So. Ach, statt der Flugmarionetten so lauten. Okay. Interessant. Gibt es sonst noch was hier? Ja. Ich glaube, das war's. Ja, gute Runde. Jetzt geht es wieder hier vorbei. Hier so. Ich nehme mich auch mit. Hm. Noch 9000. Vielleicht mal eine andere Rüstung. Hm. Hm. Hm, 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 hm. So. Mit euch muss ich aber nicht alles durchgehen, oder? Nein. Nein. Die haben den schon erledigt. Okay. Okay. Nice. Cooler Sammeln ist angesagt. Ah. Handstaffed. Was war das denn? Was war das denn? Schnell weiter. Konvertierter Turm. Okay. Hm. Ich weiß nicht so recht. Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen den Hänger. Was wir tun könnten. Um weiter nach vorne zu kommen. Um weiter nach vorne zu kommen. Ohne uns dabei. Irgendwie komplett loszumachen. Hm. Ja, hier ist dieser Retter, der... übelst überpowered ist. Ich geh nochmal hier hin. Ich geh nochmal hier hin. Nochmal kurz, ähm, schauen. Ob wir hier irgendwo noch was... vergessen haben. Was wir noch machen könnten. Ja, die Dullis. Die würde ich jetzt nicht finden. Hier ist ein Friedhof. Oh. Zwei dieser Dinger. Geil. Das ist in dem Gebiet wo... Alter. What? Uff. Mein Gott. Ja, die sind nicht so erfreut, dass wir hier sind. Kann ich nachvollziehen. Lust. Lust. Licht. So. So jetzt will man kurz schauen, wo war dieser Lost Boy, glaube ich hier. Da haben wir diesen... XXL-Boy getötet, ja, die kämpfen weiterhin. Ah, hier sind Wölfe. Oder? Ja. Ja. So, die nehmen wir auch noch gleich mit, das schmeckt. Warum hält der Wolf so viel aus? Der macht ordentlich Damage. So. Sind sie gefallen. Ne grabe. Ah, wie süß. Hier sind zwei. Ach ja, genau. Genau. Stimmt, den haben wir ja nicht gemacht. Weil wir Angst hatten. Da vorne ist die Hütte des Künstlers. Gut. Ja. Dann banden wir die Session hier. War nice. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja.